Hallo und herzlich willkommen zurück zu Age of Mythology Retold, zur 18. Mission, weit weg von zu Hause. Chiron und seine neuen Verbündeten haben die Aufgabe, das dritte Stück des Osiris aus einer großen Tamariske zu bergen. Dann wollen wir doch mal das dritte Stück des Osiris aus der Tamariske bergen. Mal schauen, wo wir denn so sind. Nördlich von hier wächst ein großer Tamariskenbaum am Flussufer. In seinem Stamm finden wir den Kopf von Osiris. Chiron, Soldaten nähern sich. Ich bin Njordzir. Wir verfolgen den Einäugigen. Wir haben ihn den ganzen Weg aus Midgard verfolgt. Den Einäugigen? Gagarensis? Der Zyklop? Aye. Er hat die Riesen vereint, im Norden. Ein Großteil von Midgard liegt nun in Trümmern. Wir wurden ausgesandt, ihm zu folgen, in der Hoffnung, Ragnarök zu verhindern. Ragnarök? Das Ende der Welt. Habt ihr den Einäugigen gesehen? Er ist hier. Auch wir kämpfen gegen ihn. Schließt ihr euch uns an? Das werden wir. Ja, und damit lernen wir die Nordmänner kennen. So, dann verfolgen wir die erstmal ganz kurz zum Lager. Willkommen in unserem Lager, Edler. Beschützt uns und wir werden euch helfen, euch bis zum Tamariskenbaum zu campen. Genau, das klingt schon mal sehr gut. So, wir müssen uns bei der Mission ein bisschen beeilen. Ich hab nämlich gerade eben schon einmal gespielt und leider wurden vom Feind komplett überrannt. Ich erkläre aber gleich noch ein bisschen mehr. Wir ziehen erstmal kurz hier in die Richtung nach unten ab. Denn es gibt hier so eine kleine Bedrohung auf der Map, noch zusätzlich zum normalen Gegner. Wir nutzen aber mal unsere Einheiten gleich bestmöglich, bevor wir noch direkt in Kämpfe verwickelt werden. Erteidigen wir uns so früh wie möglich. Und zwar, ihr habt schon vielleicht gesehen, wir haben auch gar kein Gold bei uns an der Basis. Das heißt, wir müssen auch dringend an irgendwie Gold kommen. Wir müssen gefühlt unendlich viele Dorfbewohner ausbilden. Weil wir müssen Rohstoffe ohne Ende hier farmen. So, da wird noch ein Skarabeus aus dem Tempel freigelegt. Und wir haben Holz und Gold in dem alten Tempel gefunden. Sehr schön. So, und bevor wir es vergessen. Ich nütze jetzt all mein Wissen schon aus der letzten Folge, die gerade eben schief gegangen ist. Hier steht noch eine Laterne, die gibt uns. Mythische Einheiten sind günstiger. So, ihn schicken wir ganz kurz zum Tempel damit zurück. Beziehungsweise, das ist eigentlich fast sinnvoll, kurz mit allen Einheiten einmal zurückzulaufen, damit wir uns einmal aufheilen können. Wirklich die Zeit nutzen, solange wir nicht attackiert werden vom Feind. Ich schicke mal einen Ochsenkarren schon mal hier runter zur Goldmine. Gold haben wir zwar erstmal eine Menge, also müssen wir da nicht ganz so krass drauf achten. Und wir haben auch in der Anfangssequenz gesehen, als die Kamera hier wohl geschwenkt ist, dass hier sich eine weitere Laterne befindet. Die sacken wir natürlich auch schnell ein. Und wir erforschen schon mal die Felder hier. Denn die werden wir gleich sowas von brauchen. Weil die Ziegen sind nicht mehr lange am Leben. Machen wir mal hier das nächste Feld hin. Du gibst mir bitte deine Laterne noch ab. Und du nimmst die da oben mit. Was haben wir hier? Schauen wir ganz kurz. Höhtraufferpunkte von Gebäuden. Okay, sehr gut. Und das Problem ist, wir werden ab einem gewissen Zeitpunkt gefühlt von allen Richtungen angegriffen. Und deswegen sollten wir uns wirklich, wirklich sputen. Ein paar Priester auf jeden Fall noch. So, und wir brauchen mehr Dorfbewohner, die auch dann Gebäude errichten. Gold haben wir noch, deswegen hau ich mal noch keine zur Goldmine rüber. Das machen wir aber auch gleich. Und das nächste Ding fällt. Hier hinhauen. So, und wir brauchen auf jeden Fall mal mindestens eine Kaserne. Okay, schon zwei, aber... Oh, ich sehe gerade das Bevölkerungslimit erreicht. Oh, nochmal schnell ein paar Häuser auf. So, bitte mithelfen. Nein, wir haben gerade unser Bevölkerungslimit schon erhöht bekommen auf 65. Wie das denn? Oder auch nicht, weil wir hier die... Nö. Irgendwas hat es gerade erhöht, aber ich weiß aber nicht was. Aber soll mir recht sein. Genau, ihr sollt dann gleich mal hier weiterbauen gehen. Und wir ziehen... ...ganz kurz in die Richtung, weil hier muss auch noch ein Mumientempel sein. Lass den Pharao mal hier zur Sicherheit. So, die haben nichts mehr zu tun. Dann geht man hier das Holz abhacken. Und Holz ist auch sehr rar auf dieser Karte, wie ihr schon seht. Es sind immer so kleine... ...ja, Büschel fast immer nur. Dann gehen wir mal einen weiteren Tempel suchen. Hier in der Ecke wohl nicht. Einfach noch nutzen, bevor der erste gegnerische Angriff kommt. Aber der kommt schon recht bald, glaube ich. Also die sind wirklich, wirklich... ...sehr, sehr zügig unterwegs, die Gegner. Wollen wir noch mehr Nahrung? Ah, was ist denn dieser Tempel hier? Einen weiteren Tempel kann ich schon mal spoilern. Gibt es noch in der Richtung da oben. Den werden wir dann auch noch schnellstmöglich erledigen müssen. Einfach nur, damit wir nicht gleichzeitig von Mumien und eben... ...dem Gegner angegriffen werden. Okay, die sind fertig. Oh, es sind ja viele hier, die hier fertig sind. Okay. Aber soll mir eigentlich recht sein? Wir bauen vielleicht schon mal den ersten Turm hier auf. Okay, hier scheint der Tempel nicht zu stehen. Na, vielleicht ist es auf einer anderen Flussseite, aber das wäre aber schlecht. Weil dann darüber ist natürlich auch der Gegner. Hier sind noch ein paar weitere Goldminen. Na gut, dann nutzen wir die der Zeit und erkunden einfach hier mal die Gegend. Ja, verdammt. Da kommt auch schon der Gegner. Wollen wir halt schnell den Turm fertig machen? Macht ihn fertig, der muss uns schützen. So gut es geht. So, halt du aber die Gegner auf. Wurzuchen. Weg mit euch. Versteckt euch. Lass meinen Ochsen karren. Lass den Ochsen karren. Nein, flieh. Flieh du da. Okay, ihr könnt mal in den Holz hacken gehen. Okay, ersten Angriff abgewehrt. Ja, das war aber schon... ...grenzwertig. So, halt die hier wieder alle raus. Die in dem Turm auch alle raus. Ihr seht schon, wir brauchen schnell weitere Türme. Lass mal hier oben welche hin. Wir gehen in den nächsten Tempel suchen. Bleibt uns einfach nichts anderes übrig gerade eben. Oh ja, hier die beiden Kasernen. Die legen wir gleich mal auf die 1, so. Bilden wir noch ein paar Einheiten aus. Nicht zu viele, dann haben wir gleich wieder keine Rohstoffe. Und wir brauchen dringend... ...neue Felder. Wir brauchen Nahrung, Nahrung, Nahrung. Ah, jetzt kommt man da. Na toll. Wir haben mal die Priester dafür. Weil der Turm schafft das so lange. Ah, halt, wir haben mal hier ein paar Einheiten. Und der Pharao ist auch noch da. Warte mal ganz kurz, ihr zurück. Pharao zuerst drauf. Weil der kostet uns nix. Und macht auch die meisten Schaden gegen die. So, und dann fangen wir jetzt auch schon mal an. Oh, jetzt kommt auch noch ein Muminangriff. Halt, 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 halt. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Ich kann jetzt ein bisschen ein Tempel finden hier dringend. Wo ist der denn? Ich würde einhalten. Pharao würde da auch helfen. Oh, warum ist diese Mission so stressig? Wo steht denn der verdammte Tempel? War der nicht hier? Wahrscheinlich steht der jetzt genau hier unten. Und ich bin genau vorbeigerannt. Ja, ich glaube, wir sind vorbeigerannt. Der müsste irgendwo hier stehen. Verdammt. Okay, wir ziehen mal kurz unsere Einheiten erstmal hier weg. So, hier wieder raus. Ah, die haben schon ja kein Holz mehr. Dann ziehen wir mal mit unserem Karren hier rüber. Da ist der Tempel, jawohl. Okay, dann bleibt ihr mal hier mitstehen, falls der nächste feindliche Angriff kommt. Hallo, könnt ihr mal bitte die Felder bestellen gehen? Okay, schaut soweit gut aus. Den ersten Angriff haben wir ganz gut abgewehrt. Hier können wir noch zwei weitere drauf. Oh, wir haben ein paar Ressourcen gefunden. Das ist sehr schön. Okay, zwei Mumien-Tempel haben wir. Hinten gab soweit nichts mehr. Das heißt, wir müssen uns eigentlich mit unserer Basis erstmal verteidigen. Schauen, ob wir die weiter aufgebaut bekommen. Vor allem dringend an mehr Rohstoffe kommen. Ich packe die mal so halb mittig hier. So, und mehr Dorfbewohner brauchen dringend mehr, mehr, mehr Dorfbewohner. Ganz, ganz viele. Ja, genau, weil... Jetzt auch schon die Nächsten kommen, die uns angreifen. So, was brauchen wir? In der Rüstkammer ist, glaube ich, nicht verkehrt. Parken immer mehr so hier in der Mitte, damit wir in beide Richtungen schnell agieren können. Natürlich haben wir wieder ein Bevölkerungs-Limit. Schade, dass eins von den Zelten zerstört worden ist, weil die geben nämlich auch immer noch ein bisschen was mit dazu. So, wir gehen hier aufs Maximum. Das Ding ist gleich fertig. So, und viele Priester, damit unsere Einheiten immer wieder aufgeheilt werden. Die braucht's einfach. Ich glaube, wir können mehr Felder gebrauchen. Ich hoffe, dass hier oben halt kein Angriff kommt, während die alle da am Holzhacken sind. Das wäre sehr schlecht. So, der Nächste und dann noch einen Dritten. Komm, müssen wir uns aktuell entwickeln. Ich will zwar gerne das dritte Zeitalter fortschreiten, aber erstmal müssen wir unsere Einheiten so ein bisschen verstärken. Damit die einfach nicht sofort umkippen. Beim letzten Mal habe ich angefangen, schön Mauern zu bauen und Türme, aber das war wohl irgendwie die falsche Entscheidung, weil... Einerseits hat der Feind entweder die Mauern sofort eingerissen oder ist einfach außenrum marschiert. Was zwar an sich nicht schlecht ist, aber dann kamen wir mit zwei Armeen gleichzeitig und dann war es vorbei. Ich war mit so starken Armeen schon, dass ich einfach keine Chance mehr hatte. Jetzt machen wir noch ein paar Monumente auf. Die müssen wir mal schauen, dass wir auf einem Haufen möglichst haben. Das ist eben, wenn dann der Pharao die auch wunderbar, ähm, besegnen kann, sag ich jetzt mal. So, und die zwei Türme da oben müssen für den Anfang reichen. Besser wird's nicht. Zumindest noch nicht. So, und wir haben sehr viele Felder, das heißt, wir können mal hier die Felder bewässern. Dann kriegen wir schneller mehr Nahrung. Mal schnell die 800. Warten wir noch ganz kurz diesen kleinen Moment. Jawohl, da haben wir es. Und wir nehmen die Zitadelle und den Skarabeos. Also Sachmet nehmen wir. So, mit einem Auge auf der Karte unten. Um mal Ja zu sehen, wenn irgendwann wieder ein Angriff kommt. So, und weil wir dann mehr Monumente haben, können wir auch eben unsere Einheiten hier verbessern. Genau, Sphinxen können wir jetzt schon mal verbessern. Verbesserung kostet zum Glück nur Holz. Die Sphinxen selber kosten Gold und... Nein, 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 nein. Ja, das ist die Sentinie über, glaube ich. Die kriegen wir nicht gerettet. Okay, wir haben zwei verloren. Noch ein paar mehr Dorfbewohner. Ich meine, Holz haben wir zwar echt genug für den Anfang. Das ist mal gut aufgestellt. Aber trotzdem, wir sollten ja irgendwie nicht... Zu sparsam umgehen damit. Mal wieder zurück. Dann geht halt von mir aus mal hier hin. Ist zwar nicht viel Holz, aber besser wie nix. Okay. Ist auch nur Holz, nehmen wir. Okay. Okay. Alles, was Holz kostet, können wir uns gönnen als Entwicklungen und so weiter. So, einmal das müssen wir entwickeln. An Gold brauchen wir schon wieder mehr. Der letzte Monument geht jetzt aktuell nicht. Das ist ein bisschen zu teuer. Aber wir können mal eine Migdol-Festung errichten. Die würde ich... Oh, wir setzen die hier am dümmsten hin. Würde ich mal hier hinsetzen tatsächlich. Weil hier ist ein relativ schmaler Durchgang. Da können wir dann gleich eine Mauer hinziehen. Man kann die zumindest auch ein bisschen mit verteidigen an der Seite. So, geht immer mit. Einfach aufbauen helfen. Gold haben wir aktuellen Mangel. Komm, dann gehen die mal mit zum Gold runter. Später haben wir hier noch zwei wunderbare, fette Goldminen. Die helfen uns auf jeden Fall. So, dann hoffen wir mal, dass wir nicht zu sehr überrumpelt werden vom Feind. Ach, schon die nächsten Mumien. Zum Glück aktuell nur die erstmal. Was fehlt hier? Gold fehlt. Es fehlt aber am Gold. Aber das können wir entwickeln. Natürlich, warum denn jetzt genau aus der Richtung? Ihr seid doch echt Wahnsinn. Und wir können hier mal eine Citadel rausmachen. Der hat schon mit Kriegselefanten, der Gegner. Da sind wir echt. Müssen wir aufpassen. Aber gut, dass wir hier die Festung errichten, weil die wir dann auch mitschießen und mitverteidigen. Da könnt ihr mal weiterbauen gehen. Die lassen wir gleich nochmal bewässern. Das würde ich erstmal nicht entwickeln, weil Holz haben wir aktuell noch genug. Ach, der Pfarrer steht hier oben mit rum. Okay. So, das ist hier die Frage, von wo kommt der nächste Angriff? Wie gesagt, ich würde jetzt hier eine Mauer reinziehen, damit einfach zumindest hier nicht direkt die Angriffe rein marschieren. So, ist da die Mauer fertig geworden? Soll ich mal gucken, wann das gebaut ist. Okay, und dann sollten wir uns auch mal... ... den Armeelreiter gegen die Kriegselefanten bauen. ... wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Die Mauer hinten wirklich zugeworden ist. Ich mach mal so. Da kommt mal ein Tor rein. Ah, ein Turm ist zu teuer. Gold haben wir aktuell nicht. So, die Mauer dürfte dicht sein. Das ist natürlich auch Nahrung und Gold. Was auch sonst. Jetzt schauen wir, dass wir auf einige Kamelreiter kommen. Einfach mal durch Truppenstärke ein bisschen glänzen, sag ich mal. Was machen wir mit euch? Wenn nicht, bräuchten wir halt Mauern und Türme. Das wäre das Wichtigste. Und Gold. Komm, dann gehen wir nie so lange mal noch Gold abbauen. Ähm. Da haben wir jetzt ein paar neue, die dann eben... ... woanders was bauen sollen. Das ist die Frage, wo kommt der nächste Angriff? Wo müssen wir uns hin positionieren? Den bestmöglich abzuwehren. Guck mal, das ist hier ein bisschen entwickeln, ein bisschen verstärken, die Einheiten. Die müssen uns hin, die... ... die Mauer. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Also einen kleinen Trupp nehmen. Indem wir dann ein bisschen da eben in die Richtung hier oben marschieren. Und dann da die Aufbewohner verteidigen, während die da die Mauern errichten. Ich jetzt mal entwickeln. Aber nur, dass sie nicht sofort einstürzen. Da kommt ein großer Trupp an Feinde. Ja, okay, da... Ne. Die alle wieder zurückziehen. Die brauchen wir. Ach, du Heilige. So, mythische Einheiten. Jawohl, hilfst du da ein bisschen mit. Der Turm hat sich erledigt. Trotzdem, wir nutzen die Zeit und bauen hier eine Mauer irgendwo auf. Das war nur der Durchgang hier oben, ne? Genau, der ist recht klein. Das ist gut. Die sehen nicht genug. Moment. So, dann bauen wir hier eine kleine Mauer hin. Wir stärken die dann auch gleich mit ordentlich vielen Türmen. Okay, aber den angefangen war gut abgewehrt. Das ist doch schon mal was. Das kostet... Kann man auch machen. Ein bisschen Gold, nicht zu viel. Aber hier oben werden wir gleich Türme brauchen. Ich mach einfach mal so lange keine Tür rein. Vielleicht schreckst du die Feinde ein bisschen ab, weil dann die Mauer mehr Lebenspunkte hat. Hier ein Turm direkt an die Kante. Der greift ja zum Glück aktuell nicht mit Katapulten an. Nur mit den Belagerungstürmen. Die machen zwar auch viel Schaden, aber müssen halt sehr nah ran. Das könnte unser Vorteil sein. Diesen lückigen Fernkampfsoldaten effektiv. Die gegen Infanterie. Ja, an sich müsste heute die Einheit nie von hier nehmen. Aus der Festung. Die sind halt einfach mit die Stärksten. Jetzt hat mal fünf Kriegselefanten mit dazu. Hier den nächsten Turm aufbauen. Oder macht das Sinn? Lass erstmal nur einen Turm hier oben stehen. Das ist natürlich ein Risiko, dass natürlich die Mauer dann bald eingerissen wird, aber... Man muss uns ja hauptsächlich erstmal nur Zeit verschaffen. Wir könnten aber bei Gelegenheit eine zweite Festung errichten. Die dann einfach auch hier steht. Dann ist halt hier so ein bisschen mehr Schutz durch die Festung. Oder die kommt hier hin. Weil hier sind wir noch offen auf der Seite. Aber nicht mit die Wände hier hin machen. Weil an sich ist das Ziel dann schon, hier auch noch eine Mauer reinzuziehen. Ja, alte Gräber in der Wüste. Wahrscheinlich ist der letzte Tempel irgendwo hier. Oder es gibt noch mehr wie einen weiteren. Da gibt es noch zwei weitere. Ich weiß es nicht. Habt ihr noch Holz? Ja, ihr habt noch Holz. Sehr gut. Okay, jetzt kommt da oben ein Angriff. Ist die Frage nur, greifen die auch wirklich an oder? Ne, die ziehen wieder ab. Genau, das hatten wir jetzt mal auch. Die verkrümeln sich dann immer wieder. Okay. Dann kommen die da hin. Dann kommt mal auf die drei. Und wir hoffen, dass wir das ganze überleben hier. Nicht auf den hier haben. Hallo. Naja. Diesen gut gegen Infanterie einhalten. Sollten wir vielleicht auch ein paar ausbilden. Wir können sogar sehr viele von den neuen Stücken ausbilden. Okay, das ist sehr gut. Das dürfte uns einen guten... Oh mein Gott, kommt da noch Riesenarmee. Ja, das wird gleich sehr spaßig. Jetzt mal die blöden Lumen hier zerstören. Dann wieder alle weit zurückziehen. Möglichst in die Schussreichweite von der Festung und der Zitadelle. Okay, die haben jetzt kein Holz mehr, aber das könnt ihr relativ safe hier oben das Holz abbauen gehen. Sind wir jetzt ein wenig geschützt auf der Seite? Oh, die Goldmine ist bald zu Ende. Verdammt, verdammt. Okay. So, Leute, jetzt alles oder nichts. Das sind wahnsinnig viele Feine, aber diesmal schaut es gut aus. Ich glaube, der Trupp war das letzte Mal, der uns, also der mich besiegt hat und vernichtet hat. Ich würde jetzt aber mal trotzdem weitere Türme hier oben noch in Auftrag geben. Komm, alle mit angreifen, nicht stehenbleiben. Das können wir entwickeln, genau. Zack. Die ersten sind schon mit Heilen beschäftigt. Die ersten können Kriegselefanten verlieren, weil die sind teuer. So, sehr gut. Okay, Angriff abgewehrt. Das lief gut. Oh, jetzt kommt schon der nächste große Trupp, oh Gott. Oh, wir haben kein Gold. Nein, nein, nein. Genau, das war jetzt der Moment. Verdammt. Bis ganz darüber wandern. Okay, ich hoffe, wir halten durch. Keine... Oh, wir können Skarabäen ausbilden. Okay. Dann machen wir das doch mal. Okay. Weil mehr kriegen wir gerade aktuell nicht. Sichtweite ein bisschen erhöhen. Sonst wird die Türme ein bisschen verbessern. Wir können mal weiter zurückziehen, weiter zurückziehen. Die Schussreichweite. Okay, hoffentlich reicht das. Dieser ganze Goldtrupp hier. Elf Leute. Ich hoffe, die kommen bald oben bei der Mine an. So, aber das schaut soweit auch ganz gut aus. Ich meine, auch viele Priester gegen unsere mythischen Einheiten. Das ist ja nicht ganz so angenehm. Aber hilft nix. Müssen wir durch. So, Gebäude noch ein bisschen widerstandsfähiger machen. Das war jetzt auch nicht verkehrt. Ja, wir hätten zwar einen Marktplatz. Da steht eine Laterne rum. Helden fügen mythischen Einheiten mehr Schaden zu. Moment, können wir nutzen ganz kurz Chiron dafür? Ich wollte zwar eigentlich keine Mauer hier, äh, keine Tür hier rein machen, aber hilft jetzt noch nix. Jede Reliquie nehmen, jede Laterne, die wir bekommen können. Ich schicke die jetzt auch mal ganz kurz zum Gold abbauen und dann, bei Gelegenheit, können wir das Dorfzahn zum Beispiel noch aufbauen. So, die schnell einsacken und schnell wieder oben drehen. Hier ist die Basis des Feindes. Zack. Schnell zum Tempel zurück. Jetzt wäre es sogar ganz gut, wenn wir hier keine Mauern reinbauen auf der Seite, weil dann können wir immer diese Seite hier relativ gut verteidigen. Jetzt sollten wir hier eine Mauer reinziehen. Hier offen lassen, aber hier einige Türme hinstellen. Und uns dann ein bisschen beschützen. Wäre vielleicht eine Idee. Also du kannst mal die Monumente verzaubern gehen. Hier kann noch ein weiteres errichtet werden. Dann sind wir auch da gut aufgestellt. So, und wann können wir jetzt nicht die Zeit halten? Wir wollen, glaube ich, noch 1.000 von beiden. Ich glaube, ich habe noch ein paar von denen. Hier, so weit, so gut. Ich würde die jetzt schon mal tatsächlich hier rüberschieben, solange. Achso, das Problem ist... Ah, hier oben müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Da würde ich mal Chiron nehmen und... ...mach so ein paar weitere. Ein Elefant. Oder einen von denen. Elefant lassen wir mal hier. Weil wenn wir hier oben die Mauer bauen, kann es natürlich sein, dass dann Mumien genau in dem Moment anmarschiert kommen. Ich weiß ja nicht, von wo genau die herkommen. Schicken wir mal noch weiteres Karabin hier hoch. So, du kannst das da machen. Ziehen wir mal zwei von denen hier ab. Wir bauen mal hier Türme hin. Mit denen erkunden wir mal und schauen, ob wir vielleicht den letzten Tempel irgendwie noch finden in der Zeit. Dann sind wir zumindest gegen die Mumienangriffe mal geschützt. Viele Einheiten brauchen wir ja nicht dafür. Warum steht der jetzt hier rum? Rüber befohlen. Ja gut, dann halt hier hin jetzt die nächsten. Was forschen für die Rohstoffe können wir nicht irgendwas brauchbares, ne? Ne, nur die Säge, aber die brauchen wir nicht. Okay, dann schauen wir mal auf die andere Seite vom Fluss rüber. Jetzt finden wir ja diesen blöden Tempel. Und kriegen den zerstört. Ja, da ist die Basis vom Feind. Okay, das ist schlecht. Ah, da sind ein paar Mumien. Ah, das schickt ja Einheiten. Nein, das ist nicht gut. Okay, Leute. Oh, rückzug, rückzug, rückzug. Nein. Das ist doch jetzt ganz ungünstig. Okay, Moment, wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen, das hilft nix. Ne, Leute, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ach, verdammt. So, komm, wir nutzen den Zauber nochmal. Gehen dann mal ins nächste Zeitalter und holen uns. Diesmal würde ich einfach Horus nehmen. Ich meine, das mit dem Sonnensisier ist ganz cool, aber ich würde auch gerne mal die Rächer ausprobieren als Einheiten. Und die kosten Holz, die Mumien und Holz haben wir viel zu wenig. Deswegen lass mal Horus ausbilden. Ja, das hat uns jetzt sehr viele Einheiten gekostet. Das ist blöd. Ja, dann immer in der Zwischenzeit Türme weiter ausbauen. Was der genau hier eine Basis hat, ey. Verdammt. Ich wollte doch da nur schnell vorbeimarschieren. Ja, die haben kein Holz mehr. Dann bau doch trotzdem in der Zwischenzeit einfach mal das Dorfzentrum hier. Der blöde Mumie von hier an. Okay, die zwei sind geschützt. Schaffen wir das hier? Ich hoffe. Oh Gott. Schau mal, Armeelrat hier hinter. Was können wir denn günstig produzieren? Nicht zu viele von denen. Eigentlich wollte ich die Basis hier gerade gar nicht angreifen, aber... Dann brauchen wir uns mal diese zwei Türme hier weg. Oh, jetzt rennen die da durch. Nein, das ist natürlich gar nicht gut. Nein, 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 nein. Halt, 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 halt. Dann ihr von mir aus hier hin. Das kriegen wir. Wenn wir uns schnell die zwei Türme einfach zerstören, dann sind wir hier so ein bisschen... Können hier ein bisschen besser durchlaufen beim nächsten Mal. So, alle noch auf den Turm. Die zwei können hier weiterbauen. Ah, und wir haben einen Recher schon dabei. Sehr gut. Genau, wir sind in der nächsten Zeit. Alter, perfekt. Dann wollen wir gleich mal von denen welche ausbilden. Die sind sehr, sehr, sehr stark. Doch, die ziehen schon jetzt viel zu weit. Hallo, Leute, bitte nicht. Nein, 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 nein. Okay, wir müssen uns zurückziehen, weil da kommt jetzt wieder eine ganze Armee. Okay, wir ziehen uns hierhin zurück. Nein, aber hier über die Seite vom Fluss gehen. Warum sind die denn schneller wie unsere Einheiten? Warum rennen die denn alle so langsam? Was ist denn, glaube ich, die Laufgeschwindigkeit von der langsamsten Einheit an, die man im Team hat? Ja, okay, wir müssen hier vorne jetzt bekämpfen, sonst verlieren wir eine Einheit nach der anderen. Das läuft hier wieder mal chaotisch ohne Ende. Warum ist der Turm so kaputt? Ich hoffe, wir überleben diesen Angriff hier. Ja, doch, das haben wir mit Einheiten. Das sah gerade kurz aus, als wären die Roten eine Überzahl gewesen. Aber nee, alles gut. So, nochmal hier auf die Felder. Nein, die geht noch nicht, verdammt. Das schaut nicht ganz so prickelnd aus, aber Ein Sinn dazu, Mikroos weiter aufzubauen, oder? Lieber in die Forschung stecken, würde ich sagen, oder in ein paar weitere Felder. Genau, als wir sind wieder in der Nahrung überall. Okay, wir sammeln uns mal ganz kurz. Ich ziehe vielleicht mit denen ein paar hier weiter, aber das reicht doch, wenn wir da mit so einem Tempel angreifen. Der steht ja bestimmt genau hier in der Ecke. Warum ist Verrecken halt nicht da hin? Oh, okay, hier hilft gleich. Jetzt kommt der nächste Angriff. Was ist denn los mit diesem Gegner? Ist ja gar nicht mehr atmen. Der schickt ja Truppen ohne Enden, wirklich ohne durchzuatmen. Okay. Dann nächster Angriff. Hier drüben ist irgendwo unser Pharao. Zieh jetzt mal mit dazu. Können mal wieder hier unsere Felder erforschen. Und auch den Goldabbau. Die sind hier mal wieder fertig am Holz. Dann haben wir hier oben noch eine kleine Holzquelle und ansonsten hier hinten noch mehr. Natürlich, das sind halt die Türme an. Okay, bevor wir diesen blöden Tempel jetzt suchen gehen, wir müssen uns erstmal irgendwie wieder sammeln hier und ein paar Einheiten heilen. Oder ausbilden. Hört nicht, Sphinxen wollte ich keine. Wenn will ich Rächer. Du kannst wieder hier hingehen. Von dem aus fernen können wir es dann auch nicht verkehrt. Ich hoffe, das reicht dann für das Erste. Wir müssen wieder unsere Einheiten verstärken in der Forschung. Wahnsinn, die lassen uns überhaupt keine Ruhe, die Feinde. Komm, wir schieben die schon mal hier hinten hin. Das ist einfach mehr Holz. Oder nicht, obwohl wir so lange Mumien leben, würde ich die noch nicht dahinter schicken. Ich habe nicht Angst, dass die dann da Latt gemacht werden. Dann haben wir langsam Elite-Einheiten. Ich glaube, das ist sogar bisher die stressigste Mission, die wir jemals gespielt haben. Hier kommen wir wirklich überhaupt nicht zur Ruhe. Irgendwann müssen wir diesen Turm ja praktisch noch einnehmen und den dann verteidigen. Den müssen wir dann fällen. Irgendwann kriegen wir dann genügend Holz da durch. Dann können wir auch das Ding entwickeln und dann später, wenn wir eben in den anderen Baum fällen gehen. AK-Mehlreiter würde ich auch nochmal ausbilden. Dann werden wir einfach relativ vielseitig die Einheiten ausbilden. Ja, der Turm hier oben der hat sich bald erledigt. Aber wir können trotzdem unsere Einheiten mal hinstellen, damit zumindest ein bisschen Unterstützung durch den Turm Kleiner Moment der Ruhe. Aber davon sollten wir uns nicht täuschen lassen. Was ist denn hier noch alles? Erhöht den Anger von Axtkämpfern. Das brauchen wir nicht unbedingt. Er nennt militärische Befehlshabung, die Trefferpunkte und die Geschwindigkeit der Infanterieeinheiten zu erhöhen. Aber die sind ja Kavallerie, ne? Da ist nix Infanterie davon. Bringt also auch nix. Und das hier ist nur für die Speerkämpfer. Bringt uns also auch nix. Letzt mal hier wieder weiter aus. Können wir jetzt in den hier nochmal? Davon haben wir ja die ganze Gunst. Erstmal primär nur in die Forschung gehen und dann noch ein paar kleine Einheiten vielleicht holen. Trotzdem, ja gut, wir machen es mal so. Wir warten den nächsten Angriff ab vom Gegner. Ja, nicht von den Mumien, sondern dem anderen, von den Roten. Dann würde ich eventuell mal den nächsten Tempel suchen gehen. Eigentlich ist es halt eine der beiden Basen hier zu stellen. Wir wissen es nicht. Vielleicht sind es eins, zwei, drei Basen vom Gegner hier drüben. Könnte alles sein. Waschen sind wir aber so weitern durch. Das ist sehr gut. Das heißt, hier wollen wir noch mehr Kriegselefanten. Dann sind wir eh gleich im Bevölkerungsnimmel angekommen. Um das zu erhöhen, können wir hier noch eine weitere Festung, äh, Zitadelle draus machen. Oh, das kommt ja von hier unten an, okay. Interessant. Ich muss kurz die Priester mal vernichten gehen, das wäre ganz gut. Weil die machen unseren mythischen Einheiten zu viel Schaden und das will ich nicht. Dass die auf den Turm durchfahren, das ist sehr gut. Ich glaube, ich würde jetzt tatsächlich Folgendes machen, wenn wir den Trupp abgewartet haben, dann marschieren wir. Oh, nein, 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 der ist fast tot. Verdammt. Na ja, gut, hilft da nix. Na ja, dann greifen wir mal eine Basis direkt an, damit aber dann nicht direkt sofort die nächsten Einheiten nachkommen. Wir bilden einfach neue Einheiten hier drüben dann immer aus. So, Limit ist erreicht, das ist okay. Kurz mal heilen. Viel heilen müssen wir eigentlich gar nicht, gell? Das geht vom Leben. Dann nutzen wir es und greifen einfach direkt an. Hilft ja nix. Ich glaube, wenn wir eine von den beiden Basen zerstören können, dann sind wir, glaube ich, gut. Ja, erstmal geschützt oder haben wir halt ein bisschen mehr Zeitpuffer. Na ja, bleibend zur Verteidigung hier hinten. Ja, jetzt kommen die ganzen mythischen Einheiten von hier auch noch ange... ...herand. Ich würde einfach gleich einen Tornado hier reinfetzen, sobald wir halbwegs Sichtkontakt darüber haben. Jetzt kostet mich auch wieder Einheiten hier. Mann. Ich schicke mal Chiron kurz hier runter, damit wir mal Sicht nach da unten bekommen. Die schicken wir jetzt doch mit hoch, weil, äh, sonst haben wir gleich zu wenig Einheiten. Guck schon, Tornado. Bisschen mehr Sicht. Zu weit runterlaufen. Irgendeine Einheit. Ja, wir sind jetzt ein bisschen zurück. Wir machen erstmal hier ordentlich Stress hier unten. Ja, so, dass Dorfzernom die Kaserne vielleicht zerstören könnte, wäre schon perfekt. Ja, wir machen auf jeden Fall ordentlich Schaden hier oben. Okay, Dorfzernom ist zerstört, das ist schon mal gut. Wir schicken halt Einheiten nach und schicken nach und schicken nach und schicken nach. Oh. Kommst du fast nicht durch, ey. Ich möchte nur anmerken, wir spielen auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Nicht auf Schwer oder so. Auf Titan gibt's ja auch noch. Hab Nies da vielleicht noch mit dazu. Ja, aber die haben wir soweit erstmal ganz gut erledigt bekommen. Schau auf die Kasernen hier drüben. Okay. Dann haben wir das hier nochmal hin und nochmal mehr Nahrung. Öff die nicht, oder was? Die Fliesen haben eine höhere Reichweite wie der Turm, na toll. Warte, wir müssen ein bisschen hier hin. Ziehen wir ruhig die feindlichen Einheiten mit her. Aber den Tempel würde ich ganz gerne zerstören. Weil der nur unnötigerweise, äh, Einheiten produziert. Ich bin da ganz gut zurecht. Naja gut, der Turm wird halt irgendwann fallen. Durch die Priester. Machen wir den Turmplatten dann bitte die Mauer hier. Den Tempel haben wir gleich. Okay, sehr gut. Und eine Sache würde ich gerne noch erforschen. Und zwar diese Pfeile. Was fehlt denn da? Holz fehlt. Ach ja, weil wir kein Holz mehr abbauen. Natürlich. Okay, den Tempel haben wir. Und ich vermute, ein Mumien-Tempel müsste ja noch hier irgendwo rum bestehen. Den würde ich mir gerne als nächstes noch holen. So, dann schauen wir, dass wir die hier mal alle noch gelettet bekommen. Ja, es kommt die blöden Moodle hier mal an. Was soll ich denn? Wenn wir schon davon sprechen, ey. Okay, dann füllen wir noch die letzten Einheiten hier. Ja, ich wette, der hat noch hier eine weitere Basis oben, genau. Das war schon klar. Sammeln wir uns mal ganz kurz, dass wir uns ein bisschen heilen können hier. Ich darf nur noch killen. Ich muss mal alle heilen, die Priester. Ich mag ganz gerne diese Basis hier auch noch zerlegen. Dann muss man so ein kleines bisschen mehr Ruhe haben dann. Aber wir nehmen mal hier so einen Trupp. Die sind alle nicht mehr ganz so fresh, aber wir nehmen trotzdem mal und gehen mal hier rüber und gucken, ob da noch ein Tempel steht. Jetzt greift er meine Hauptbasis an. Och, nö, das kann ich nicht sein. Jetzt will der hier durchmarschieren, oder wie? Nee, 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 nee. Die lassen wir mal nicht da durch. Alles gleich, okay, da ist ein Tempel, sehr gut. Langsam nervt auch schon dieses Angriff-Warngeräusch. Aber hilft ja nix. Hier lebt hier irgendwas? Nein, ah doch, eins Garabeus. Ah, wir haben Holz und Gold gefunden. So, wir müssen hier noch das Bevölkerungslimit bekommen. Zack. Das haben wir. Jetzt kommen die hier oben noch. Nee, warte dann alle mit hoch. Hoch, hoch, hoch. Verteidigen. Hier bitte auch mit dazu. Lassen wir hier noch ein weiteres Dorfzentrum errichten. Wir müssen irgendwie unser Bevölkerungslimit einfach erhöhen. Jetzt alles, was wir kriegen können. So, das machen wir auch noch. So, okay, jetzt sind wir so langsam mal hier mit wenig Ruhe angekommen. Müssen wir auf jeden Fall noch deutlich weiterziehen. Das heißt aber auch, dass wir die langsam mal an diesen Baum hier schicken können. Ich will jetzt auch mal die Säge erforschen und auch, dass die ein bisschen besser überleben, die Dorfbewohner. Ah, wir haben alle Tempel zerstört. Okay, das war der dritte Tempel hier drüben. Sehr gut. Das heißt, es gibt dann keine mehr irgendwie hinter der gegnerischen Basis oder sowas. So, die können wir jetzt auch mal gleich hier rüberschicken, ne? Perfekt. Aber das ist auch so. Tempel können wir auch mal hier rüberflaggen. Mit. So. Wir werden auch unsere Dorfbewohner irgendwann mal hier ankommen. Ach, wir haben auch gar kein Gold mehr. Nein. Ich brauche noch mal nicht ganz so viele hier tatsächlich fürs Gold. Ich würde ein paar dann abziehen von denen. Natürlich, wieso sind jetzt hier Schlangen beschworen? Ach, nö. Mann, ist das stressig, diese Passion. So, das Ding da hinten ignorieren wir. Okay, Dorfbewohner wieder gerettet. Dann ab an den Baum. Den müssen wir jetzt irgendwie fällen. Ich ziehe mir noch ein paar ab. Wir brauchen nicht mehr so viel Gold. Jetzt ist die Aufgabe, dass wir diesen blöden Baum fällen und dann den Kopf des Osiris bewerben. Guck, dass dem seine Dorfbewohner hier so chaotisch rumrennen. Äh, was macht ihr da hinten? Wollte erst mal hierbleiben. Werde ich ein paar Rächer? Schon, oder? Komm, machen wir da. Sonnenfinsternis rein. Stärken die ein wenig. Oh, der Baum fällt. So, okay, wir brauchen Gold. Ja, das ist das Problem. Uns fehlt es gerade am Gold. Aber Rächer können wir ausbilden. Geht. Du kannst mich alles sehen. Und letztendlich. Geht mal den Turm da kaputt. Wir nehmen mal die Basis hier uns noch vor. Die Gefangenen machen das überwiegend. Jetzt haben wir ein paar von denen hier mit rüber. Ich hoffe, die werden aber so lange mal nicht angegriffen in der Zwischenzeit. Bist du bald fertig mit dem Dorfzentrum? Jetzt müssen wir die Produktionsgebäude da zerstören. So, aber der ist fertig. Gehen wir auch Gold abbauen. Oh, diese hier würde ich eigentlich gerne als Verteidigung fast da stehen lassen. Aber wir nutzen trotzdem mal kurz kurz hier. Also, weil wir den Tempel zerstört haben, kommen auch nochmal wenige Einheiten von hier drüben an. Leute, alle auf das Tor. Die letzte Basis hier hinten, die lassen wir stehen. Weil ich glaube, die ist bestimmt auch sehr, sehr, sehr gut verteidigt. Ich glaube, das ist nicht der Plan, dass man die eigentlich zerstört. Deswegen wird unsere nächste Aufgabe sein, diesen Baum hier beschützen. Während der gefällt wird. Okay, perfekt. Der Tempel ist auch hier drüber. Das heißt, wir ziehen uns erstmal alle hier gesammelt zurück. Ich habe hier mal ein paar neue... Welche Taste. Okay. So viele Rohstoffe brauchen wir jetzt nicht mehr. Deswegen würde ich hier ein paar Goldsammler abziehen. Und auch gleich ein paar von den Feldern hier. Ich habe mal hier hin. Ich sollte einladen gehen. Ja gut, dann lass mal hier hin. Wieso baut der jetzt da eine Mauer? Was ist mit dem los? Jetzt kommt er auf die Idee, da eine Mauer zu errichten. Alles klar. Ganz merkwürdig. Hier kommt er mal zurück. Hier kommt er mal zurück. Alle mal hier hin. Jetzt ist man schon Mauer hier platt. Äh. Steht denn da plötzlich eine Bigdoll-Festung? Kommt denn die her? Was haben die denn gebaut? Der Fingert an sich eine neue Basis zu errichten, der Gegner. Alles klar. Jetzt kommt die Dorfbewohner da nicht durch, weil diese blöde feste Mauer da steht. Ganz kurz, was ist der kaputt? So, jetzt. Latscht er da einfach eine Festung hin. Vor allem, da hat das ganze Spiel keine Mauer hier gebaut. Und jetzt plötzlich fängt er an, die Mauern hier zu errichten. Weil irgendwie der Meinung ist, jetzt müsste er... Hier sind eine Basis neu bauen. Oder wie auch immer. Ganz merkwürdig. Die bekommen gar keine Holz hier an dem Baum. Ah, okay, das ist blöd. Ich dachte, der gibt Holz. Okay, dann würde er erstmal Einheiten heilen. So, und ich glaube, jetzt haben wir Ruhe. Jetzt kommt es mal schön auf beiden Seiten hier. Die Mauer noch kaputt, sonst rennt die die ganze Zeit dahinter. Das ist gefährlich. Okay, jetzt muss ich nur noch schauen, dass unsere Einheiten nicht wieder irgendwo spazieren gehen. So, wie schaut es hier aus? Okay, der ist schon ein bisschen bei unter der Hälfte. Das ist doch gut. Ich ziehe mir trotzdem nicht alle Dorfbewohner jetzt ab, weil ich will nicht, dass wir... ...dann Probleme geraten. Wir werden aber noch ein paar produzieren dafür. Und abordern. Garek, U-E-L, into you, EU. Garek, into you. And where, here at you. Garek. Ich brauche nur damit dazu. Naja, der versuchte sich ja noch irgendwie aufzuhalten, aber jetzt... ...eigentlich keine Chance mehr. Garek. Here at you. Wölkmus nur mit erreicht, mal wieder. Aber das würde sich weiter stören, weil wir haben eine gute Armee. Warte, wir ein bisschen zurückziehen. Jetzt ist die Einheit gleich wieder alle hier vorne stehen, wenn ich einmal ganz kurz wegschaue. So, schafft der eine das? Wird schon fast knapp. Ne, doch nicht. Okay. Okay, der Baum ist bald Geschichte. Da haben wir doch rechtlich diese Mission hier. Uh. Das war wirklich anstrengend. Zittert so der Baum. Ist wohl ein bisschen kalt. Ja, und da ist das Kopfstück des Osiris. Wunderbar. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal in der nächsten Folge. Jetzt müssten wir ja drei Teile von Osiris haben. Ich vermute mal eins fehlt noch. Ich denke, es sind vier. Vielleicht sind es auch drei. Ich weiß es nicht ganz. Wir werden es in der nächsten Folge rausfinden. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.